Thema in Beitrag 196 Geschichtskompendien. Hier werden Bücher und Zeitschriften vorgestellt. Jeder Mensch wird sich einmal in seinem Leben einmal mit der gesamten Menschheitsgeschichte befassen. Jetzt haben wir da mal den Atlas der Weltgeschichte. Ja, habe ich sehr günstig bekommen vor vielen Jahren. Gibt es derzeit auch um circa 7,99 ziemlich genau dasselbe drin. Das ist nur ein Ersatzbuch und zwar habe ich das bekommen, da geht es um alle Daten, also Zeitdaten der Weltgeschichte. Das habe ich momentan verlegt innerhalb meiner Bücher. Also ich stelle das nur als Ersatz vor. Das war nämlich auch ein rotes Buch, das war etwas dicker als das hier. Dann haben wir hier die illustrierte Weltgeschichte in Farbe und es ist sehr wichtig, den Atlas und die illustrierte Weltgeschichte parallel anzusehen, weil sie brauchen Text und Bild und die Daten, damit sie einfach ihre Assoziationen bilden können. Um dazwischen aufzulockern, stelle ich jetzt auch noch die Zeitschrift damals vor. Die gibt es seit unglaublichen 55 Jahren. Es ist aber nicht so gut wie die andere Zeitschrift, die da lautet, Entschuldigung, Geschichte. Die ist noch viel besser und kostet aber sogar eine Spur weniger. Also wenn wir uns jetzt so wie ich jetzt mit dem Judentube fassen, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Super aufgelistet und ganz tolle Zeitlinien. Von der Zeitschrift Geschichte habe ich auch noch mir gekauft, die Medici. Ja, der erinnert mich, der Mann, der erinnert mich an einen Ex-Lover. Und dann haben wir noch als allererstes Geschichteheft, habe ich mir gekauft, die Wikinger alias die Normanen. Ich habe drei Geschichtehefteln, aber ganz, ganz viele damalshefteln. Und zum krönenden Abschluss, weil ich eben heute diese Aufnahme mache, fand ich, und ich weiß nicht einmal von welchem Verlag das ist, weil ich musste den Einbahn dort zurücklassen, in einer Bücherbox, wo die Leute Bücher herschenken, für die sie keinen Platz haben, eine Zeitliste, die über 700 Seiten geht. Und von Ursprung der Menschheitsgeschichte bis ungefähr Jahr 2004 immer bebildert. Und wenn man sich das durchliest und immer die Bilder dazu hat, kann man wieder super Assoziationen schaffen und ganz tolle Bauwerke, die Sie jetzt wirklich nur im Ansatz sehen, sehen Sie da Bauwerke. Ich darf ja deswegen wegen kopiger Sachen jetzt nicht zu groß da irgendwie publizieren. Aber das ist halt, wenn man sich dann anfängt zu befassen mit der Menschheitsgeschichte, der Gesamten, idealerweise mit Daten und Bildern. Danke.